Liebe Community, heute spricht David mit Professor Dr. Dennis Klinghammer, Professor an der VOM-Hochschule und die beiden unterhalten sich zum Thema digitale Algorithmen. Lieber Dennis, erstmal wie kommt man auf eine Idee, einen Algorithmus zu entwickeln, der automatisch Bildsequenzen analysiert und die Kommentare dazu? Wie kamst du dazu? Das geht eigentlich zurück auf meine Dissertation, die haben wir hier in der Runde auch schon einmal kurz besprochen gehabt. Da ging es ja um die Frage, Menschen mit Behinderung, wie wurden die eigentlich in mehreren Jahrzehnten dargestellt? Dann ist ja das Problem, schaue ich mir alles selber an, also mehrere Jahrzehnte Film- und Fernsehmaterial anschauen, analysieren, transkribieren, das ist ziemlich zeitaufwendig und man kann es ein bisschen einfacher machen, indem man eben diesen Dokumentations- und Analyseschritt digitalisiert. Das ist der Background dazu. Wie kann ich mir das denn technisch vorstellen? Ich meine, du hast einen Algorithmus entwickelt, das heißt, worauf hast du da geachtet? Oder kannst du uns das vielleicht in ganz einfacher Sprache sagen, was tut sich da, was macht die Maschine, um Informationen nach welchen Kriterien daraus zu filtern? Bleiben wir mal beim Beispiel YouTube, weil das ist eine ziemlich lebendige Community, super viel Bild- und Tonmaterial eingestellt und Userinnen und User, die im Hintergrund quasi immer unterhalb der Videos kommunizieren. Und dann kann ich zwei Zugriffsmöglichkeiten wählen. Nummer eins ist, ich nehme das eingestellte Material und analysiere das Material und scanne quasi nach dem Raster, ist das etwas, was absolut konform dargestellt wird oder ist das etwas, wo man nochmal im Detail hinblicken sollte. Ein extremes Anwendungsbeispiel ist tatsächlich, wenn etwas, was gegen die Grundrechte, gegen die freiheitlich-demokratische Demokratie verstößt. Also wenn ich quasi wirkliche verbale Äußerungen habe, Demokratie, Verfassung, das ist etwas Schlechtes oder so, das kann man natürlich erkennen. Das ist ganz normale Texterkennung, das kann man auch aus den Bildern teilweise mit rauserkennen, das sind ja eindeutige Unterschiede. Oder wenn ich ganz einfach Bilderkennung, linkes Spektrum im Video ist meistens rot dargestellt, rote Fahne und so weiter. Wenn ich irgendwas habe mit nationalen Hintergründen, kommt meistens die Farbe braun ins Spiel. Ganz, ganz einfache Variablen, eine von vielen Variablen, die einem aber hilft, das Bildmaterial zu erkennen. Zugangspunkt 2 wäre tatsächlich die Userinnen und User. Worüber reden die Leute eigentlich? Also wenn da steht, ganz klassisch, wähle eine nationale Partei oder wähle Kommunisten, das kann ich auch wieder als Text erkennen, aber dann nicht Text aus dem Video, sondern Texte der Kommunikationsplattform YouTube. Was schreiben die Leute darunter? Und wenn man das richtig einordnet und wenn man guckt im Rahmen, wie verhält sich diese Person in Interaktion mit anderen Akteuren, wie häufig schaut sie sich das Video an, guckt sie sich auch andere Videos an, hört sie sich einschlägige Lieder an, die zu diesem Video passen, dann ergibt sich auf einmal so ein riesen, riesen Datensatz und dann sind wir tatsächlich auch schon im Bereich Big Data und da setzt der Algorithmus an. Du hast den Fall, du bist Statistiker, du beforscht das Thema und jetzt noch einmal die Frage, wie praxisrelevant ist das denn? Also wird das jetzt in Forschungsinstituten geschaut, wer was postet und so weiter oder geht das sogar so weit, dass auf dich Institutionen zukommen oder die Politik oder wer auch immer und sagt, wir haben da eine bestimmte Fragestellung. Das ist so viel Daten, da können wir jetzt zehn Praktikanten hinsetzen, die Screen, die ganzen Filme oder wir nutzen so einen Algorithmus. Und also die Frage nach Praxisrelevanz an der Stelle. Die Praxisrelevanz, glaube ich, ist definitiv da, weil es gibt sehr, sehr viele Tagungen auch mit sicherheitsrelevantem Fokus, wo halt gefragt wird, die Datenmenge ist unüberschaubar geworden, wir müssen so ein Screening schneller machen. Ich lösche ein Liedgut oder ein Videomaterial aus YouTube raus, was vielleicht gegen die Verfassung ist oder aber was ein Aufruf zum Umsturz der Verfassung sein könnte. In dem Moment, wo ich das Video lösche, habe ich am nächsten Tag zehn neue Videos drin. Also die Community ist riesengroß, es ist eigentlich schwer, mit Men-and-Women-Power zu beherrschen. So ein Algorithmus könnte da tatsächlich helfen. Und wie das aber immer so ist, das ist eine kleine Side-Notiz, darf man, glaube ich, auch mal sagen. Die öffentliche Hand ist ja sehr, sehr vorsichtig, auch in der Kooperation mit Forschung und in der Finanzierung. Wer ein Rieseninteresse hat, das sind natürlich auch Konzerne gewesen. Ich sage nur Stichwort Shitstorm-Prävention. Also wie kommt eigentlich mein nächster Werbespot an? Wenn ich den schalte bei YouTube, merke ich das in den Kommunikationsstrukturen. Und da merkt man schon, da gibt es dann Anfragen, hey, würde dieser Werbespot zur Zielgruppe passen? Müssen wir was Schlechtes befürchten, wenn wir das schalten? Da gibt es einiges an Interesse, was geweckt worden ist und wo viele Nachfragen sind. Und wo man quasi antizipieren kann, wenn sie das machen, ist folgende Kommunikation im Internet zu erwarten. So ein bisschen Social Media Prediction. Ich kenne das Thema so ein bisschen aus Frühstücksfernsehen, wenn es um das Thema Terrorismus geht, irgendwelche Videos, die da hochgeladen sind. Das ist sicherlich auch ein ganz klarer Use Case, oder? Hast du damit auch schon irgendwie zu tun gehabt, beziehungsweise glaubst du, dass diese Technologie im Bereich des Terrorismus eine große Rolle spielen wird? Also was wir bei YouTube manchmal haben, das ist dann ein sehr düsteres Kapitel, sind ja diese klassischen Enthauptungsvideos. Also so etwas eingestellt, da komme ich nochmal zurück, wie so ein Algorithmus sowas erkennen kann. Also erstmal Wüstenszenen zu erkennen oder so, so etwas im Hintergrund oder Zeltszenen im Hintergrund, das geht sehr, sehr viel über die Farberkennung. Also indem ich halt erkenne, ich habe hier gelbliche Töne, das ist der Wüstenhintergrund, ich habe hellere Töne, das könnte eine Zeltplane sein und ich kann Menschen darin erkennen, also Bilderkennung. Jedes Smartphone kann das ja mittlerweile und erkennt, das ist das Gesicht, das ist kein Gesicht. Wenn ich das quasi alles kombiniere und irgendwann gibt es einen drastischen Farbwechsel, also beispielsweise es kommt etwas Schwarzes, das könnte eine Waffe sein und es wechselt sich im Bildverlauf auf Rot, das könnte Blut sein, dann ist das einer von vielen Erkennungsmerkmalen, um dieses Video erstmal zu highlighten und zu sagen, das muss sich nochmal ein Mensch anschauen, was ist das eigentlich. Unser Digi-Health-Talk, da geht es um das Thema Gesundheit. Könntest du dir vorstellen, dass solche Algorithmen Falschinformationen rausfiltern oder auf bestimmte Themen hinweisen oder auf bestimmte Interessen in Videos? Also gibt es einen Use-Case im Bereich Healthcare, den du da jetzt vor Augen siehst, wenn du dich damit beschäftigst? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich gebe jetzt mal das Thema Impfen und Impfskepsis aus. Ich kann ja nicht nur Texte unterhalb von YouTube-Materialien mir anschauen. Es gibt natürlich Videos, die sagen, hu, Impfen, also bei uns kommt Impfen nicht in die Tüte, weil wir sehen gewisse Risiken. Dann gibt es sogenannte Aufklärungsvideos und es gibt die Community, die darunter kommuniziert. Aber das ist nicht nur bei YouTube. Ich kann genauso gut, sofern ich die Zugangsmöglichkeiten habe und vieles ist öffentlich, tatsächlich zugänglich mit den richtigen statistischen Tools, kann ich mir auch bei Twitter angucken, bei Facebook und ich kann gucken, worüber reden diese Leute. Ich kann sehr, sehr viel lernen. Also was sind eigentlich die Ängste, was sind die Ängste von den Leuten, die Angst vor Impfung haben? Was ist tatsächlich das Motiv im Hintergrund? Ist es die böse Pharma-Lobby? Ist es ein Misstrauen gegenüber den Ärzten und Ärzten? Oder ist es möglicherweise was ganz anderes? Also wenn ich Zugriff habe, kann ich mir das Wissen zu eigen machen, um besser in den Dialog zu treten. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich Anwendungskontexte und was man auch machen könnte, im Pharma-Bereich ist es ja zum Beispiel untersagt, irreführende Werbung zu machen. Also etwas Falsches zu versprechen und das muss natürlich alles immer kontrolliert werden. Und man könnte damit auch, ich glaube nicht, dass es gerade gemacht wird, ist mir zumindest nicht bekannt, aber man könnte damit so kurz screenen, ein Hersteller, ein Produkt im ganzen Internet, was wird da verbreitet von diesem Hersteller über das Produkt? Ist es konform, ist es nicht konform? Ja, super spannend. Ich glaube, das ist immer noch Crawling. Das heißt, früher habe ich Leute befragt, wie findet ihr das oder Leute aktiv angesprochen. Heute höre ich eher zu. Ich höre zu, was schreiben sie im Internet, was schreiben sie in den Vornen und kann auf ganz vielen Datenmengen so eine Art Punktwolke am Ende haben. Wir kennen das ja, diese Textclouds, zum Beispiel mit Elektrobatterie wird schwache Laufzeit, teurer Preis, assoziiert. Also welche Begriffe werden mit was assoziiert, zum Beispiel mit dem Thema Impfen eher positiv, eher negativ, richtige Information, Gegner oder Befürworter. Aber kann denn so ein Software-Programm ist auch Ironie, wenn da einer sagt, irgendwie so Sarkasmus oder Ähnliches, kann sowas erkannt werden oder stößt sie da an den Grenzen? Wie gesagt, ich bin eher der Statistiker-Typ. Wir haben Leute, die sind echte Data Scientists, die haben sogar den Master in Big Data längst abgeschlossen. Wir haben Mathematiker, die sich mit, ich sage jetzt mal, mit komplizierteren Fragen als meiner Perspektive beschäftigen. Mein Eindruck ist immer, es gibt so eine natürliche Grenze und die liegt einfach in der statistischen Formel gegeben. Ich kann nicht alle Eventualitäten abdecken. Wir haben ja in der Statistik immer so ein schönes R-Quadrat, wie viel Prozent der Varianz kann ich eigentlich vorhersagen? Und wenn der menschliche Faktor reinkommt, wenn Ironie reinkommt, dann wird es sehr, sehr schwer. Schaust du dir meine Profile im Internet an und ich bin auch politisch ein bisschen unterwegs. Ich schreibe manchmal was, das ist nicht unbedingt meine Meinung, aber ich schreibe es vielleicht, um den Finger in die Wunde zu legen, um etwas, um einen Punkt zu machen. Und ich glaube, viele Menschen, nicht alle Menschen würden das erkennen und wenn alle Menschen es nicht erkennen können, wie soll der Computer das dann tun? Ja, das war das Interview mit Dennis Klinkhammer. Superspannend. Vielen Dank. Vielleicht lässt du den Algorithmus auch mal über meine Seiten laufen. Mit einer guten Modellgüte kannst du mir dann sagen, wie ich dargestellt werde oder mich selber darstelle. Vielleicht ist das ja auch anders als meine Eigenwahrnehmung. Dann muss ich nochmal mit mir in Klausur gehen. Ja, das war die Folge. Bleibt gesund. Wenn ihr krank seid, werdet gesund. Bis bald. Vielen Dank, lieber Dennis. Bis bald.